Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Camping. Ich bin heute wieder auf die Jagdmach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Fallout Leggings Idle RPG. Vielen Dank, viel Spaß. So, dann bin ich jetzt wieder und ich habe endlich meinen Account gefunden. Ich wollte schon gerade aufgehen mit der Suche und dem neuen Account wieder anfangen, aber da ist er. Hurra. Nach jahrelang Suchen. Ich habe mich erst in Facebook angemeldet. Da musste ich einen neuen Anfang. Naja, kann ja nicht wahr sein. Ich habe mich über Google angemeldet. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Dann habe ich mich bei Facebook wieder auch abgemeldet, bei Google wieder angemeldet und mich da angemeldet, habe auch wieder einen neuen Account. Ich so, nein. Und da habe ich mich wieder von Google abgemeldet, wieder bei Facebook angemeldet und dann stand da, ich habe schon drei Facebook Accounts, mit welchen ich weiterspielen möchte. Und ich so, oh, cool. Und da stand dann mein Alter Account dabei. Und jetzt bin ich hier. Und was mache ich jetzt? Ich probiere erst mal, wie viele Dailies sind das? Auch sind viele. Dann mache ich die Dailies. So, bis ich beide jetzt in Ruhe angekommen bin. Von der Kampagne einmal heraus. Drei legendäre Kämpfer. Und das ist alles episch süß aussieht. Und hier? Ich schlange nicht mehr gespielt den Account. Es ist alles episch süß. Okay. Okay. Ich habe diesen komischen Brief nicht mehr. Tausende, dann machen wir mal. Wo gibt es den Brief? Wie ist er? Musik Musik 1. 3. 4. 5. 6. 10. 9. 10. 10. Sofria? Das ist doch komisch aus, die Katze. Play with Pippi? Achso, heiß Pippi. Ich dachte schon an was anderes. Spiel mit Pippi. Ich werde alle, bis zum Ende meiner Leben. Oh, nein. Ahem. Ahem. The Realm of Light is inviolable. So. So. Haben wir das erstmal? Was da bei Event? Das war hier unten noch der eine. Ich werde das Video angucken, ne? Mhm. Arena? Ist bestimmt auch ein Daily da, ja. Kann man das ruhig machen. Mhm. 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 Also ich bin 7900 stark. Ist das viel? Wollen wir gleich an denen sehen, wie schnell der Tod geht. Mhm. Ja. Okay. Mission. Da ist noch ein roter Punkt. Was hab ich noch ein? Ausrüsten. Okay. Einmal krachiges Geschirr. Bestätigen. Haben wir schon. Oh. Er ist legendär. Uh. Dann machen wir den jetzt hier. Er ist entfernt. Und klicken. Auflemmen. Auflemmen. Ich hab den immer noch zweimal, den auch nur zweimal, den zweimal, den zweimal, den zweimal, einmal, einmal, zweimal, einmal, 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 okay, und die hab ich ja alle doppelt. Was mach ich denn da jetzt? Ach, ich hab ja viel Platz, aber 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Die hab ich nur einmal, deswegen möchte ich die auch auf level 10 machen. Okay, die Katze habe ich nur einmal, die Level 10 und Pipi habe ich einmal. Und wie habe ich noch? Wer habe ich? Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Perfekt. Was wird er hier nochmal? Kann man sich da ausrüsten. Drei Stück, ich kann nur die beinnehmen. Aber die wird hier behalten. Also nein. Mission. Und beschwören. Und das war eine tägliche Quest. Gut. Hier habe ich noch einen Erfolg. Drei Mal mysteriös ist es reich herausforderbar. Kann ich nicht. Arena zweimal. Also noch einmal. Ich kann mich nicht mehr fragen. Okay, bitte. Gut. Let's go. ach wie stark war ich denn jetzt eigentlich gewesen egal, werden wir später nochmal sehen 7800 war ich vorher nicht genauso stark Entschlöse Prüfung, einmal heraus ich will guard everyone till the end of my life gut Schick, schick, schick Mache einmal ein, wir in den Dunch Kampagne 4.10 4.10 Was muss ich da machen? Ich habe jetzt gerade geschaut, ob man da was machen kann nochmal 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 Dungeon war 14 Verbessere einmal Ausrüstung Ah, ja, warte mal, da kenne ich doch einen Der Egi hat eine Aber haben die eigentlich auch eine Ausrüstung? Oh, come on, we're going to have so much fun Ja Das kann ich irgendwie nicht mehr angreifen Das ist 4.10 Das war auch 4.10 Einmal im magischen Einkauf Magische Arte Da ist ein Punkt, das brauche ich wahrscheinlich Und das wahrscheinlich auch Da muss ich mit Diamanten zahlen, will ich nicht Aber Geld habe ich genug Ok, hier wird schon ein bisschen schwieriger Die brauche ich auch nicht Ich habe genug Held Das ist auf jeden Fall ein Ticket zum Kämpfen Was für eins Kampen-Cover genau Ich glaube jetzt bin ich wunschlos glücklich So Beanspruch mit Und Tatatada Fertig Ähm Geht noch nicht, geht noch nicht Na dann Das war bestimmt ein PvP-Ticket, ja Das war bestimmt ein Event Ach, das war das eine Und mit dem Video angucken Ja, das war ein Arena Ticket, was ich gekauft habe Also das habe ich gar nicht gebraucht Egal Was ist denn Gut Jetzt mache ich noch was anderes Und geht ja ganz schnell Ich möchte bis zur Kampagne 4 Strich 10 kommen Ich weiß nur noch nicht, in welche Kampagne ich gerade bin Und komme ich überhaupt soweit Bis 4 Strich 10 4 Strich 5 Ah, ok Also sind wir gleich fertig Kampagne Was ist ein Kampagne 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 Ach, der Umstand ist gerade. Ich habe es gefunden. Ein bisschen spät, aber ich habe es gefunden. Da oben steht es, 4 Strich 5. Das ist ein kleiner Bus, oder? Das ist ein kleiner Bus. 4 Strich 7. Das ist ein kleiner Bus. Oh, das wird schon schwieriger. 4 Strich 9. Und 4 Strich 10 ist wahrscheinlich ein Bus. 4 Strich 10. Da sind wir angekommen. Und jetzt... Boah, noch alle am Leben. Aber knapp. Also... War schon ein schlechter Gegner, ne? Denke ich mal. So... Gilde. Juhu! Bestätigen. Mission. Ah. Ah. Verspringen. 2 Dritte. 2 Dritte. Rollstuhl! 2 Dritte. 2 Dritte. 3 Dritte. 2 Dritte. 3 Dritte. 4 Dritte. 2 Dritte. 5 Dritte. Festland, so bei der Gilde leuchtet es. Bestimmt hier diese Dungeon. Shit, haben alle überlegt. Können wir noch die Dungeon? Was ist denn der richtige Weg? Bis zu denen würde ich sagen, also da. Ich fahre mit dem hier an. Ich fahre mit dem hier an. Ah, ich kann nur Zweikämpfe machen. Okay. Ein Gilde im Wunsch. Das dauert nicht lang. Das kann ich auch noch nicht machen. Aber ich bin hier. Das dauert nicht lang. Ja, das war so schön. Und noch einmal. Zack, fertig. Ich bin hier. Mission. Erfolg. Helden. Okay. Ich denke mal, ich musste jetzt ein bisschen weiter aufleveln. Okay. Oh, 40 rein. Und die Entwicklung auch noch. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ... bleiben wir bei den Krieger. Ich möchte immer noch, dass ich die hier umbauen, umbauen. Nein, noch nicht. Warte mal, wie kann man was schauen? Wir probieren es einfach, indem wir in ein wildes Feld gehen. Und zur Beschwörung. Angefestet war das Dachbeschwörung. Ich habe leider nur 5 Truhen. Also ich kann nur 5 beschweren. Achso. Zwei Legendäre dabei. Joho! Schau mal die Wachenturen auf, hätte ich nicht gemacht. Achso. Lol. Ok. Das liegt in der ... da. Ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr ... Oh, jetzt haben wir hier ein paar mehr. Dann nehme ich lieber erstmal den Krieger, den Tank hier, stärke die Regierung Krieger. Oh, er hat sich vorhanden, cool. Da ist er jetzt. Die Geschichte noch, uns anhören, wie gesagt, die Tür in Antenapolen. Geht nichts mehr. Schau, den habe ich doppelt, den habe ich doppelt, den doppelt und Pipi habe ich jetzt auch doppelt. Dann habe ich die alle anderen nur einmal. Und jetzt habe ich viel zu viele. Ich bin mit der Erde Kämpfer, ich brauche doch nur fünf. Jetzt habe ich sieben Stück. Oh. 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 Das war es oft zu sehen. keine lustung mehr für mich da kein lust keine lustung die rohme keine lustung da nur eine ein Messer das war's die hat keine lustung gekriegt tut mir leid aber er ist Starkwaldkrieger aber da krieg ich ob das ein Tank ist oder ein Wilderkrieger weil das sieht aus wie ein Wilderkrieger nicht wie ein Tank dann da sieht aus wie ein richtiger Tank weil er ein Schild hat 3900 keine Ahnung keine Ahnung naja egal ich würde mal sagen das war's für heute sehr gedankeschön für's Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr auf плюс auf wiedersehen